Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Mörder. Heute mit Dalu, Shigo, Anne, Good Gaming, Kapuze, Yuya und Crap. Nein, Spaß. Golf, hat der das Messer? Ich hatte gerade meine Finger schon auf der Aufnahme. Nein, 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 nein. Laufen lassen. Das hat hier gerade gepiept. Ja, es hat gepiept, aber ich weiß nicht warum. Das heißt, der Mörder hat einen umgebracht. Ja, Golf ist es. Ich verfolge Golf schon. Na los, trau dich, zieh doch nochmal das Messer, Golf. Oh, oh. Ey, 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 ey. Please, die Map ist so schön. Viktor, geh weg. Du bist das, Nils, ich weiß es. Oh, ich kann da reinfahren. Ach, das hattest du. Okay, ich hab gesehen, dass du nicht was in der Hand hattest am Anfang. Die Map ist so geil gemacht, kannst du sagen, dass du willst. Ey, du bist voll total reich, ja. Hier ist für TTT auch cool. Nee, gibt keine Waffen. Wäre aber geil für TTT, das stimmt. Okay, das Mädel hier ist creepy gewesen. Welches Mädel? Das verfolgt dich. Ey, hier, Golf, Tau. Leute, Golf. Mörder. Nein! Der Grüne, Sierra Grün, Sierra Grün. Waffe liegt neben der Kirche. Sierra Grün, Mörder. Ihm nicht reingehen. Schnapp raus. Kommt in die Kirche, wenn ihr sicher sein wollt, Leute. Kommt in die Kirche. Was ist das? Oh Gott. Okay, dann warte ich, bis alle anderen tot sind. Was? Oh Gott. Wer ist es? Sierra. Der ist draußen von der Tür, kommt von links rein. Habt ihr die Waffe? Nee. Da ist doch Sierra. Da ist der. Da war Sierra. Na gut. Ich schnapp ihn mir. Ich schnapp ihn mir. Rein in die Seuche. Oha. You are the murderer. Don't get caught. Vor allen Dingen Mörder. Mörderer. 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 You are the murderer. Mörderer. Von Baskerville. Das hat gebiebst. Könnte Juliet sein. Ja, weil der Spawnschutz dann weg ist. Oh, Zulu. Zulu ist böse, Zulu ist böse. Was ist das? Es ist Donut, laden Sie Dreh geben. Die Flögel fliegen tief. Ist ja so ein Headcrap-Ding. Oh, Jason wohnt auch hier. Oh. Da. Es ist Juliette. Ich kann nicht sehen, wie es ist. Juliette Gelb. Ja, ja, der kann nichts. Okay. Juliette Gelb. Hinten beim Hund von Beth. Hinten beim Leuchtturm. Hinten beim Leuchtturm. Äh, beim Hurenturm. Zieh die Leichen weg. Cool, die Bilder kenn ich tatsächlich sogar. Tu sie in den Sumpen, in den Dingens da. Leute. Cop out. Wer hat denn die Gun? Crabs ist Cop. Ja, ja. Oh. Der Cop is down. Beim Hund, beziehungsweise am Elektro-Zaun. Der Hund von Baskerville hat die Gun. Wer ist das da noch? Julia, bist du das? Ich leb noch, ja. Bist du in dir? Äh, nein. Ich bin in dir. Ah, du bist grad an mir vorbeigelaufen, Shigo. Oha. Dann ist es Anna. Ich wollte grad sagen, ja, der kommt Alpha. Lauf. Klo. Ist das jetzt Alpha? Es ist, er hat rote Klamotten an, der Mörder. Hulu? Ich trau mich gar nicht. Ich hab keine roten Klamotten an. Er campt die Gun, also holt euch Hinweise. Ach, hier gibt's da Hinweise? Ja stimmt. Ja ja, genau. Holt euch Hinweise, er campt an der Gun. Ah, äh, äh, Romeo. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Romeo Gelb. Naja, verdammt. Entweder einer ist jetzt mal an der Gun, oder? Ich finde, hat auch keine Hinweise. Nur suchen. Ah, interessant. Tut sonst so, Anna? Alles klar? Oh, ne? Hast du so für Projekte momentan? Also, ja, im Moment steht bei mir ganz oben auf der Liste, äh, Schnils Holgersand töten. Und 3D-Sex-Villa. Und das. Aua! Ach, der lebt ja auch noch. Können wir das nicht irgendwie beschleunigen? Einen noch. Warum steht jetzt hier, zoom in to read? LOL! Nein! Hallo? Da waren zwei Hinweise, Scheiß! Ha! Wir hatten drei Zulus, äh. Sehr verwirrend. Aber das ist, es spawnen schon mehrere Hinweise gleichzeitig, ne? Es sind nicht immer nur eins. Ne, eine habe ich immer nur, oder? Hm. Mehrere. Echt? Ja, ihr habt gerade gleichzeitig auch welche eingesammelt. Da geht es nicht hin. Ich kann ja nicht hin, aber das ist für mich. Und jetzt? Eko? Eko? Eko! Eko ist es schon, ja. Eko ist es schon ... Eko-Dodo habe ich gehört. Die sind jetzt geht aber schnell. Da kann er next ... da kann er next ... Lima … Ah, hier unten in der Kanalisation! Ja, und wo ist der mit der Gun? Hier! In der Kanalisation! Alle in die Kirche, Leute! Alle in die Kirche! Leute, ich werd gejagt! Oh, da liegt Haut! Bist du, Ushigo? Oh, da ist das Telefon, Leute! Komm in die Kirche! Wurde Grants nicht grad gejagt? Ja, ich wurde auch gejagt. Toll gemacht, Grants! Komm trotzdem in die Kirche! Und wir schießen auf Sulu Rot! Oder auf die, die nicht in der Kirche sind einfach! Kirche ist ein sicherer Ort. Bin aber auch grad nicht in der Kirche! Alle ist es! Schieß aber, wen der reinkommt! Wieso auch nicht? X-Ray macht hier Team-Chat! Ey, nicht doppelt reden, Kapitze! Au! X-Ray's Falle geht nicht! Hier ist er! Da draußen, Schieger! Da rennt er! Nein! Nein! Alle hinterher! Wir müssen dann blocken, wenn nachgeladen wird, Grants! Bodyguard! Pass auf, die kämmt doch da hinter der Ecke! Ich geh zuerst rein! Ich geb das nicht rein! Ja, da, da, da! Da, 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 da! Junge! Nein! Nein! Ich hab vergessen, wo die lag! Nein! Nein! Fuck damn! Was denn mit Grants? Oh! War ich da leer? Oh, du machst den Ex, oder? Oh, du machst den Ex, oder? Ey, wer wird so gekocht, ey! Kann man irgendwie zoomen da, Lu? Mit der Taste? Weil es steht nämlich... Ja, das ist ja auch keine Mörder-Map. Die Map ist hier für alles. Aha, Alpha! Hallo, Papa! Was war da denn in deiner Hand? Papa! 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 Das könnte einer der Alphas sein. Hallo, Papa! Wem kann ich mir vertrauen, ey? Wer bist du denn? Lalu, wie heißt du? Lalu, wie heißt du? Lalu ist Papa. Lalu, du bist Papa? Hier, komm in die Kirche, einer! Lieh mal, lieh mal hier! Duck dich mal hier! Papa, bist du blau? Lieh mal, lieh mal, lieh mal, duck dich mal hier! Oh! Papa, Papa! Spring mal! Warte, neben! Hey, was macht ihr denn da? Hey, 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 hey! Dankeschön! Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Die Waffe? Nein! Was macht ihr denn da? Ich wollte mich nur verstecken. Ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Der da guckt blöd, der da hinten an der Tür. Wer ist das? Hey, der Blick! Der Alpha! Der Alpha! Der hat so nie im Gesichtsausdruckt. Ich glaube, der ist der Mörder! Hey! 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 Ich glaube, ich glaube ehrlich, aber Oskar, du bist es doch. Du hast doch die Waffe, oder? Du hast doch einen perfekten Spot hier oben. Ja, aber ich bin auch sicher vom Mörder. Ja, das stimmt. Wir sollten alle ausgehen. Ich glaube, es ist Foxtrot gelb. Weil Shiba hat gesagt, ich kann ihr vertrauen, das ist halt Schwachsinn. Ich glaube, es ist für Sierra Rosa. Ich bin jetzt in der Kirsche. Da ist der Mörder da. Ich glaube, es ist Sierra Rosa. Das ist da der Mörder. Da ist der Mörder da. Sierra Rosa! Komm her! Ich will die mal noch nicht. Böse vorne. Ich will keinen einzigen Hinweis. Papa schleicht sich hier rein. Sierra Rosa? Irgendwie hat mich runtergeschobt. Foxtrot girl? Was leuchtet da so? Was ist das? Eine Seele, die jetzt Klavier spielt. Das ist ja aber echt traurig. Krass! Was finden hier die ganzen Hinweise? Ja, ich finde auch keinen. Hopp! Oh, Alpha! Alpha weiß! Alpha rastet aus! Tod! Ach man, ich hab grad vier Hinweise, ey! Ah, das schießt mich tot! Jones, ey! Ich hab mir gedacht, dass es du warst! Ja, und ich hab mir gedacht, dass du es bist, weil du so doof geguckt hast in der Ecke, ey! Das ist mein Blick! Nee, nee, du standest da, um zu gucken, wer wo ist und... Ja, gecheckt hab ich! Gecheckt! Was verraten hat er sich? Gecheckt! Gehörst Telefon, Sulu! Houtel, mach das weg! Sonst weiß es doch jeder! Ah! Houtel, mach die weg, Houtel! Houtel, mach die Gun weg! Houtel, mach die Gun weg! Houtel, hab die Gun! Sulu Grün! Sulu Grün! Sulu Grün! Ja, was war er? Ja, was war er? Ja, was war er? Als hätten wir Craps zu hören? Sulu Grün oder das, was er halt vorher war, was weiß er dann kann? Ja, Sierra liegt hier! Sulu Grün! Sierras! Wenn ihr grüne Sierrasirra se- Gäsega, Sierras! Ich glaub, unsere Gun ist tot! Gäsega, Sierras! Unsere Gun ist tot! Die Gun lebt noch! Er redet nicht mehr! Holger Son! Houtel! Hotel, Hotel. Trey. Was ist Trey? Er hat gesagt, hey, hey, hey. Du bist es. Hey, hey, hey. Oh no, die Legs. Oh, Solo, Solo, dunkelgrün. Ich hatte... Oh, das ist der Julia. Oh, scheiße. Oh, da ist noch einer. Ich dachte, ihr wären schon alle down. Na, buh. Die Kirche ausgelöscht. You are the murderer. Kill all bystanders. Don't get killed. Ihr müsst mit der Knappe. Doch, das ist auch wichtig. Ja, Juliette, es gibt Spawn Protection. Das war ein bisschen doof, was? Juliette, es ist, Leute, hier bei der Kirche. Niemals. Hier draußen. Sie ist in der Kirche. Da, Juliette. Da, in der Kirche, lau, Juliette, lau. Oh, Juliette, lau, sie will mich mördern. Oh, Charly. Sie mördert mich, Charly. Oh, Gott, sie mördert sich doch nicht die Leute. In der, ich block sie. Das gibt's doch nicht, jetzt wisst ihr das schon. Oh, Gott. Das war so cool, ey. Steht sie da und hackt auf einen ein die ganze Zeit. Ja, aber mir ist... Ja, aber hier ist Spawn Protect. Ja, super. Steht doch unten links extra. Und das, dieses Ping bedeutet, dass sie Spawn Protection zuhören ist. Richtig. Ah, interessant. Und jetzt darf Charly loslegen. Jetzt darf ich euch umbringen. Ich hab aber geschossen, sogar das Blut ist gespritzt. Jetzt fängt Charly an. Romeo? Ich wollte zu dir, weil du doch Yuya bist. Warte. Charly ist ein Mörder, ihr. Das Telefon, Shell, kann man da rangehen? Geht du doch ran. Nein. Delta, wurde schon getötet. Ein Telefon von Shell, oder was? Mhm. Gelegte Tore juliet. Eine blaue. Oh no. No! Waffekirche! Oh, in der Kirche? Wer war's jetzt? Da muss es der Charly sein. Okay, dann war's Romeo. Romeo, Hilfe! Ich bin Romeo, Anne. Vielleicht ist es auch Tango. Oder da, Uniform. Vielleicht ist es auch. Vielleicht sind da noch... Näh, eins, bleib doch hier! Du brauchst die Hinweise nicht, Samme, wenn du schon eine Raffe hast, ne? Ja und? Achso, ja, es ist unflug. Tut mir leid. Schlecht ist da die Tango. Ach, scheiße. Ich hab da sogar noch Tango gerufen. Das hab ich nicht gehört. Das hat aber keiner gehört. Mir hat keiner gehört.